Hallo Squealer Fans! Hallo Metalheads da draußen! Mein Name ist Daniel Schild und ich befinde mich im hessischen Rossdorf im Studio Die Tonbox. So heißt das gute Teil. Und stehe hinter meinem Set und wir haben heute Tag 3 der Squealer Produktion. Bis jetzt läuft's gut. Wir haben die Hälfte der Songs im Kasten. 10 werden es sein und 5 haben wir. Und es sind guter Dinge, dass wir bis zum Ende der Woche die restlichen Songs auch noch im Kasten kriegen bzw. die Drums dafür. Die Produktion läuft dann noch weiter und da wird es auch noch einige Videos geben. So von daher stay tuned und Horns Up!